Rein in die Masse, oder? Ja, gut, wir müssen in die Kampagne rein. Klar, in die Kampagne, Freunde. Ihr sagt alle frei, 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 pipapo. Leute, ich hab... Es ist das erste Mal anno, erste Mal anno an... Was heißt 1800? Die Giotto Cento. Anno die Giotto Cento. Wir gehen in die Kampagne rein. Oh shit, jetzt müssen wir uns ausruhen. Rechts, Mitte sieht aus wie du... Na, der ist... Das ist ein Styler. Ja, der ist wie wir safe. Hey, guck mal. Guck mal, warte, warte. Das 100% bindet sich. 100% oder? Den nehmen wir. Den nehmen wir. Das könnte ein bisschen Henke sein, wenn er mal älter wird. Also falls er nicht vorher stirbt. Egal, Freunde. Wir nehmen den Typ, der ist fucking swaggy as fuck. Okay? Okay, also, was ist jetzt hier? Logo. Wir müssen das Logo auswählen. Seefahrer sind wir in den Seeleuten? Nee. Nee, 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 nee. Wir können so Roleplayen auf so... Ich bin Lord Winchester und ich habe diese Stadt nun übernommen, um hier für Recht und Ordnung zu sorgen. Also ich bin mir noch unschlüssig, Freunde. Jetzt lass mal überlegen. Hier, warten wir mal hier. Ich finde, das passt auch sehr gut. Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, 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 ja. Ich habe so Bock, gleich so eine Stadt zu bauen, zu verwalten, einfach nur, ey, das ist einfach der Allmann in mir. Alles rein, Speicherstadt, das ist das neue DLC. Ich würde sagen, wir gehen mal auf ganz chillige Basis hier rein und machen uns einfach mal einen chilligen Lachs, Alter. Nein, haben wir den Namen verkackt? Oh no, wie heiße ich jetzt? Da gehen wir absolut rein in die ganze Geschichte hier. Wie heiße ich jetzt Erika? Kann man safe im Game noch ändern? Erila. Nein, also Erika. Ja, Leute, also wir sind jetzt hier gerade fucking irgendein Typ, erzählt uns irgendwas mit Fischen, Dynamitfischen. Wir haben eine Schwester, die hat uns einen Brief geschrieben, wir haben dem Typ meines Leben gerettet, es gibt einen Leuchtturm, es gibt Dynamit und wir fahren mit einem Boot. So viel weiß ich gerade. Wir haben hier diese Bucht anscheinend. So, und ich vermute mal, hier sollen wir jetzt hinfischen. Wählen Sie das Dynamit mit einem Linksklick aus und bestimmen Sie dann mit einem weiteren Linksklick, wohin Sie es werfen möchten. Ah, wir müssen jetzt die Viecher abwerfen hier. Wo geht ihr lang, ihr wilden Mäuse? Zack! So einfach war's. Jetzt haben wir ein paar Fische gefangen. Okay, also bis jetzt ist es noch nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, aber es wird bestimmt noch. Hier sind die Fahrkarten. Beeilung! Das Schiff fährt bald ab und niemand will, dass ihr es verpasst. Okay, wir kriegen Fahrkarten. Okay, also wir fahren jetzt irgendwo nach Hause. Wir haben auf einer Insel gechillt und jetzt fahren wir nach Hause. Okay, so far so gut. Aha! Oh, ey, das sieht aber hier nach was aus. Bist du es wirklich? Ich hatte nicht gewagt, auf deine Rückkehr zu hoffen. Junge, Dahibi. Also irgendwie haben wir auf so einer Pirateninsel rumgewohnt. Und unsere Familie ist aber eigentlich sehr reich, so wie ich das verstehe. Wir beerdigen jetzt unseren gemeinsamen Vater. Und der Onkel ist eine blöde Sau. Der reißt alles an sich. Das werden wir wahrscheinlich verhindern müssen. Okay, also der Onkel ist eine Sau. Der Onkel ist eine blöde Sau, ey. Aha, der. Der, guck mal, was für ein Hund. Komm, wie der schon aussieht. Oh, shit, wir fahren schon wieder woanders hin. Okay. Okay, wir sind jetzt also hier auf einer neuen Insel einkommen. Okay, jetzt geht es hier los mit dem Tutorial, I guess. Beginnen Sie mit einem Marktplatz. Er ist das Herz, Ihre Stadt und soll an einem offenen Ort platziert werden, sodass sich Ihr Volk ringsherum ansiedeln kann. Okay, Marktplatz. Ja, dann würde ich sagen, wenn hier der Hafen ist, dann machen wir den Marktplatz hier so hin. Oder wuzzelt auch schon jemand. Wow. Okay, das hier unten ist ein Kontor. Und wir müssen die Dinger auch mit einer Straße verbinden. So, wir müssen jetzt zehn Bauernhäuser bauen. Nein. Oh mein Gott. Kann man das... Bro, wie los muss man denn sein, sich da zu verklicken? Hello, I have a small problem. Ähm, it's so that I... Ah, okay, never mind. Okay, chillig. Das ist unser Wohnviertel. Ey, sieht doch geil aus, oder? Beherbergen Sie 15 von 50 Bauern. Also wir brauchen jetzt noch mehr Bauern, oder wat, oder wie, oder wat, oder wat, wat, oder wat. Dann machen wir erstmal Energy auf auf den Schreck. Was möchten wir... Aber was für üble Verleumdungen Edward of Bright Sands drucken lässt. Decker, nervt doch jetzt nicht hier. Okay, also so wie ich das verstehe, ziehen jetzt gerade nach und nach Leute ein. Weil hier ist es schon 48 von 50. Ihre Bauern sind hungrig. Errichten Sie eine Fischerei. Ja, Madame, ich werde es tun. Nein. Eine Fischerei. Ich werde sie platzieren. Und zwar hier. Ähm. Was ist jetzt passiert, Decker? Ach, du liebe Zeit. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Das ist cool gemacht. So sind die Gebäude ja so. Aber wenn ich die zusammenstelle, dann macht er so... Also dann macht er hier so diese... So ne... So ne... Dings, ne? Fischerei hier daneben. Na klar, na klar, na klar. Wir kümmern uns hier um alles. Super. Warum... Was meckert? Wir brauchen dringend ein Lagerhaus. Lagerhaus, okay. Ich mach dir ein Lagerhaus. Kein Problem. Lagerhaus. Komm, Lagerhaus. Rinn. Rinn in der Bude. Okay, also wir haben jetzt hier eine Fischerei. Die produzieren Fische. Wir haben hier einen Esel. Der bringt es hier zum Lagerhaus. Oder dem Pferd. Ja, ist doch ne schöne, geschäftige, kleine Stadt hier, oder nicht? Super. Warte mal, was bringen die hier rüber? Also die tun Holz in die Fischerei rein. Und tun dann Holz wieder raus. Hä? Hier kommt der Wagen von der Fischerei. Also kannst checken, tu ich's nicht. Aber die sollen mal ihr Holz tragen. Beherbergen sie 70 von 100 Bauern. Wie viele Bauern können denn überhaupt? Ähm... 50, 100. Also ich hab Platz für 100 Bauern. Das heißt, wir müssen nur warten, bis die es einziehen. Okay, wir warten jetzt mal, bis wir 100 Bauern haben. So verstehe ich das hier. Alter. Wie komm ich hier aus dem Menü raus? Drück mal STRG und SHIFT und R. LOL. LOL. Wir können in unsere City rumlaufen. Hey, da drüben sind die anderen Wichser. Guck mal. Lassen Sie Ihre Kiste bitte nicht unbewacht, Sir. Okay, Entschuldigung. Okay, Entschuldigung. Ich möchte hier gern durch. Ist das möglich, ne? Hä? Wie geil ist das denn? Hier ist unser Lagerhaus. Oh, ihr macht hier schöne Bierchen. Komm, schnell aber Junge. Oh, da rauf. Oh, Junge, wie er rollt. Krass. Das ist ja eine ganz herrliche Geschichte hier. Die Gesichter. Moin, moin. Und hier ist ein reges Treib auf unserem Marktplatz. Was haben die hier? Was haben sie hier jutet? Äpfel, Zwiebel, nochmal Zwiebel, Paprika. Ganz herrlich. Gefällt mir gut. Komm, wir verkaufen ein bisschen Fisch. Verkaufen. Verkaufen, wenn mehr als fünf. Fünf halten wir uns als Notfallreserve. Bisschen Mula-Maken, Digga. Bisschen Cash-Maken. Du musst neue Häuser bauen, sicher? Wir haben doch hier 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Wer hat auch eine Hunde der Kapazität, oder nicht? Oder wollen manche Leute nicht zu anderen Leuten einziehen? Okay, dann würde ich sagen... Ich habe die leider so dicht ge... Ah, ich kann die noch bewegen. Das ist halt wirklich sehr, sehr nice. Ah, hier vorne. So, war hier vorne noch eine schöne Reihe. Zack. Zack. Was blockiert da dieser... Dieser Baum hier, oder was? Weil wir hier so an einem Hafen sind, oder wie? Ich will es halt nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Wir haben uns auf jeden Fall mal hier neue Siedlungen gebaut. Ich finde es eigentlich vom Look her ganz nice, wenn es so... Wenn es so fresh ist, wenn es so hier aneinander ist. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und Symmetrie-Trick. Aber du musst dir denken, Städte sind auch immer ein Stück weit organisch gewachsen. Verstehst du? Wir wachsen auf eine Art organisch. Außerdem können wir alles ja noch wegmoven später. Haben wir hier eine Katten ohne Digga? Was geht denn jetzt ab? Oh, schau, wie viel Fisch wir haben. Raus, verkauft die Schweine. Jetzt wird es knackig hier, Freunde. Jetzt geht es ab. Okay, wir gehen erstmal ganz kurz rein zu Thema Häuser. Machen das erstmal hier. Das ist das. Das ist gut. Dann brauchen wir einen Kartoffelhof. Können wir den bauen, wo wir wollen? Wir sagen, wir bauen den hier hin. Und dann eine Schnapsbrennerei. Ein Hof ohne Felder. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Da müssen wir den Kollegen ein bisschen moves hier. Wenn der Felder möchte, ist er. Ja, dann bauen wir den Kollegen hier schön hier oben hin. Und dann bauen wir dem schön paar Felder außenrum. Schön aber. Ganz, ganz, eine ganz, ganz schöne Geschichte wird es. Ähm. So. Da müssen wir jetzt noch so einen Weg hier so drumherum bauen. Ist es dit? Ist es dit? Ja. Okay, Felder. Okay, wie viele Felder braucht, möchte der haben? Machen wir mal ringsrum ein Feld. Machen wir mal so. Fehlendes Kartoffelfeld. Ja, aber hier sind doch Kartoffelfelder. Du brauchst 72 Felder. Ach du Scheiße, ihr habt ja rekt. Junge, wie viel? Scheiße, Digga, was? Junge, woher soll der Platz kommen? Wer bin ich? Jetzt haben wir genug. Okay, also hier oben ist unser Potato Farmery. Und dann müssen wir jetzt die Destillerie bauen. Die Brennerei, die würde ich sagen, die bauen wir hier hin. Weil die können dann direkt die guten Potatoes, Potatoes sich rein snacken. Der Esel müsste jetzt, oder das Pferd, müsste jetzt direkt hier hin liefern, im besten Fall. Gut, ich sag mal so, ein bisschen schund ist immer. Aber beim nächsten Mal dann. Esel fået's, oder? Untertitelung des ZDF, 2020